Ja, das Gelbe hinter dem Stein draußen konnte ich nicht aufheben. Gelbe hinter dem Stein. Gucke. Ich weiß jetzt gerade nicht so richtig, was du hier meinst. Okay, hinter welchen Stein denn? Weil hier kann ich nichts aufheben. Hier auch nicht. Hier, da habe ich noch was vergessen. Wo ich reingambel. Meinst du hier irgendwo, oder? Weil hier ist... Nichts mehr. Also hier ist nichts mehr. Dann war das Gelbe das... Ah, okay. Okay. Das ist irgendwie dumm. Dein Kollege ist tot. Wollte ich nur mal sagen. Ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen! Alter, der ist Level 24. Alles klar. Hilfe, hui, hui, hui. Wo kommen wir denn hier? Butter, unbedingt. Erstmal, erstmal ein Stück Butter. Wer kennt es nicht? Wie geil ist das, erstmal ein Stück Butter zu nehmen? Hühnchen. Ohne Reis. Die Milch von dem Planeten. Wer weiß, wie lange die hier schon steht, aber ich trinke sie einfach. Ich kann sie auch mittlerweile essen. Wer weiß. Sprudelwasser. Squall, äh, äh, Besser, eine Tomate. Und Wasser. So, reicht erstmal. Es steht auch einfach vor der Tür, ne? Ah, so, das ist er. ich konnte nie mehr schaffen der Humboldt ist tot dann rollen wir hier wohl erstmal auf woher 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 Ei, ei, ei. Ein paar Karten hier. Ui, haben sie Glücksspiel gemacht. Glücksspiel, ja? So sieht das aus. Kein Wunder, dass sie nicht hier. The fighting may have ended. Hm. Ah ja, so ein Rabenkopf, warum auch immer. Große Erwartung. Pirip. Der Nachname, man, es war das Pirip und mein Taufname Philipp. Das haben wir auch schon gesehen. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Warum kam aus dem Becher eben Blut? Weiß nicht. Ja, da wird erstmal aufgerollt. Macht ihr sonst keine? Ja, richtig. Und das Gute ist, wir machen da draußen auch noch Geld. Ja, also da bleibt noch nicht mal was. Und viel besser ist, wir übersehen nichts. Das ist noch viel besser. Ja, also ich würde tatsächlich die Stühle auch ordentlich hinstellen, wenn ich es könnte. So, hier gibt es noch ein bisschen Essen. Das ist doch auch schön. Erwartungskant für die kalten Planeten. Kann ich das rausholen? Ja. Kann ich das... Das Menü der Woche. Du packst das. Ich verlasse den Planeten nächste Woche. Also musst du einspringen und dich um die Küche kümmern, solange ich unterwegs bin. Ich weiß, dass du es nicht gewohnt bist, Verantwortung zu übernehmen, aber du kriegst das hin. Denn hier ist eine Beispielkarte, was du in der Woche anbieten kannst. Montag vegetarische Faux, Dienstag natürliche Tacos, Mittwoch Chopsalat, Donnerstag Shepherd's Pie ohne Fleisch, Freitag Miso-Rahm. Vergiss nicht, vegane Optionen für alle nicht-veganen Gerichte vorzubereiten und die Zutaten rechtzeitig zu rehydrieren. Du schaffst das schon. Ja, 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 das hat er bestimmt gut gemacht. Wie man sieht, läuft der Laden gut. Also gewinnen alle. Sui, richtig, so sieht es aus. Immerhin, weißt du schon... Weißt du... War es ja richtig, wenn nichts mehr da ist. Stimmt, stimmt, stimmt. Ah, der, der, der deshalb... Hat voll viel nicht gelesen, sich gerade. Sui, erst mal high. So, Mann. Aber es ist schon die ganze Zeit da. Ich bin lost. Ich bin heute irgendwie... Funktioniert mein Kopf nicht so richtig. Kann ich da auch? Guck mal, da kann ich sogar noch Müll mitnehmen. Ich mach sogar die... Ich bin so nett, ich mach sogar die Mülltonnen leer. Huch. Amin, rote Hütte. Das haben wir, glaube ich, auch schon gelesen. Leute, seid ihr mir böse, wenn ich, äh, die Bücher nicht mehr vorlese. Aber so Slates und sowas noch vorlese. Ich hoffe nicht. Langsam, das ist echt viel. Besser verstehen wir uns doch. There's a huge difference between being prepared and carrying too much. Prepared. Ei, ei, ei. Mach so, wie du möchtest. Also ich, ich mag es schon sehr gerne immer so die Story auch zu lesen. Aber ich, ich hab so ein bisschen Angst, dass es überhand nimmt. Deswegen werde ich zukünftig noch die Slates vorlesen. Und ich glaube, da sind dann missionswichtige Sachen drin, ne. Oder Informationen halt, ne. Lotus Blume, moin. Jetzt hab ich, guck mal, jetzt hab ich das einfach... Weiß ich, was das war. Hab ich zu schnell gedrückt. Weiß ich, hier gibt's ja ordentlich Lehrling. Geh mir nicht knacken. Was zockst du da? Ich zocke Starfield. Ein Spiel aus dem Hause Bethesda. Was, äh, tatsächlich letztes Jahr erst rauskam. Komm mal, die Tür zu, wo ich schon drin war. Oh. Komm mal. Flucht ist zwecklos. Nur mal so. Ah, die haben sich hier aber ordentlich vergnügt, ne. Man sieht, dass man alles anguckt. Hier, Bier, Dart, alles da. Die haben ordentlich gemacht hier. Bisschen Entspannung genossen hier. Ah, Hauslatschen. Pflanze, da war nicht mal ne Pflanze drin. Aber ist okay. Ne Mütze und ein Cradstick. Cradsticks sind immer gut. Ah, guck mal, dann haben wir das hier jetzt komplett drumherum sind wir durch. Das ist doch gut. Dann können wir jetzt runter gehen. Also. Hier runter. Also da runter. Ich denke mal, dann kommen wir dann auch da hin, ne. Aber hier haben wir auch noch so viel. Mhm. Mal lieber Twister haben wir auch schon gelesen. Bredspieler haben wir auch bekommen. Nein. Fakt die Ege wieder auf. Gleich doch. Ui, nuklear. Hier sind radioaktive Sachen, schön, da kommt Freude auf. Hier hat sich jemand versteckt, ne den bin ich nicht. Wo gehts denn hier hin, geht da noch rein dann. Ok, Entrance, Klassenausgang. Ein bisschen aufpassen müssen wir trotzdem. Wir wollen ja nicht sterben. Und die Waffen gibt's hier auch. Wir hatten doch, da war ein Toter, ach da ist der andere. Die andere Torte, Bohrgerät. Hier kenne ich das gute Bohrgerät. Und da kam ich. Da ist noch mehr. Du hast eine Deathwish? ja wenn wir hier raus sind müssen wir einmal die ganze munition er wird schon die ganze Waffe mal prüfen ich sehe euch auch leute ne ich sag immer clean desk ist wichtig aber munition gibt es hier auch nicht das ist schön wie tief ist denn das hier trefft ihr mich hier? um 32 da muss ich ein bisschen vorsichtig sein ah ja 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 das ist schlecht für dich da ja 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 core ja 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 Dich eh nicht? Ei. Ei, 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 ei. Der macht Sachen, ja. So, weiter plündern. Alter Schwede, was ist das denn? Echt jetzt? Echt jetzt? Alter! Der kann ja durch die Wand schießen, warum kann der das? Oh, wie mies! Pilsner, erstmal richtig schön, abgebissen Sandwich hier, geil. Gen-Materie. Ja, Arjunks Cheesecake. Cola verpackt. Kuchen, Pastete. Destiniertes Wasser ist immer gut. Gummikäfer, immer. Gummikäfer gehen auch immer. Kartoffeln, zwei Stück, so ab auf die Hand. Rein damit. Eine Miso-Miso-Suppe. Mehrfachverpackung. Mochi. Mochi. Orange, Orangensaft. Milch Stout. Ist das nicht Bier? Was haben wir hier noch? Zint Meat Multi, Terra Bru Latte. Gute Nacht. Das ist irgendwie mies. Der Komet. Der Komet. Die Entstehung der Arten, das bin ich auch noch. Ernsthaft. Schade, da kommen wir nicht rein. Und er kommt auch nicht raus. Das ist sehr schade. Wenn er wenigstens auch da rauskommen könnte, das wäre ziemlich cool. Weil dann könnten wir rein. Aber er kann anscheinend auch nicht ausbrechen. Okay, that's it. Time to sell some of your junk. Ich verkauf dich gleich mal. Du nervst mich am meisten. Munition. Ich gebe es aber auch echt viel Munition. Alter Schwede. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir alles mit. Mensch, was soll denn der halbe Geiz hier? Bücher gehen immer weg, auch wenn es nur Notizbücher sind. Cut Pins. Ah, guck mal. Das war der Gang, in den wir eben gegangen sind. Sollte da so ein digitaler Bilderrahmen. Hier steht auch noch Zeug rum. Streamst du morgen wieder? Ja, habe ich tatsächlich, äh... Habe ich vor. Habe ich vor. Allerdings fahre ich morgen in meine Firma. Wenn ja, wird es wieder eins, worauf du reagierst. Ja. Tatsächlich ja. Ich muss nur mal gucken, wie fit ich morgen bin, weil ich morgen in die Firma fahre. Und... Sind wir dann ein bisschen anders. Aber ich gucke mal, ich denke mal schon, dass ich das morgen hinkriege. So, von wo kam ich denn? Da. Da. Ist auch noch zu schwierig. Da liegt die Triche. Du läufst mit zu viel Last. Näh, näh, näh. Dann sehen wir uns morgen. Dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Dankeschön, Lotusblume. Dir auch eine gute Nacht. Schön, dass du mal wieder reingeschneit hast. Bis. Pflanze. Da ist nicht mal eine Pflanze drin. Lachs ja mal wieder. Die heucheln hier rum. Ohne Änderung heuchelt hier. So, ich glaube, ich kann raus. Es sind zwar zwei Türen, die ich nicht öffnen konnte, aber das macht nichts. Äh, subsme. Äh, WB. Arma-Kid. Mit Nutzkoffer. Du läufst mit zu viel Last. Ich glaube, die haben wir alle, ne? Da. Das war was hier, ne? Als wir hier damals reingekommen sind. Ich bin mal, wir können ja jetzt eigentlich im Schwerfeld eingehen, ne? Ja, doch. Geht gut. Ich glaube, ich werde hier noch eine Base bauen. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Geht gut. Das war's für heute. Du brauchst sehr lange. An Wasser abbauen. Macht das Sinn für euch? Oh, wir sind gleich da, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Wir sind da. Ups. Entschuldigung. Die sagt doch nichts, ne? Das ist ihr egal. Das ist, das ist ihr egal. Sie macht das trotzdem nett. Danke für den Raid und willkommen an alle. So, was haben wir hier? Waffen ohne Ende. Ich glaube tatsächlich sogar das schwerste von allem hier. Schlagend. Habe ich sowas? Wann mal habe ich eine Pistole. Ich glaube, hier war doch irgendwo eine Pistole, ne? Die Pistole. Die Pistole. Kommt weg. Na, Rucksäcke. Nicht so wichtig, ne? Helme. Ist besser. Heißt das, dass er das auf den Null, der setzt das Null runter, oder? Boah, der sieht irgendwie geil aus. Lass den mal. Ich mag das mit dem Helm, wenn man nicht... Ich will nicht, ich will nicht, dass mein Kopf verdeckt ist. Ich mag diese nicht. Diese. Nein, nein. Helter Schwede. Melanie, danke schön für... 20 Bits. Kann ich nicht einfach alles lagern hier? Alles einzumachen. Gerade. Ach, ihr sagt. Alles rein da. Kann mal E-Spam hier ohne Ende. So viel Scheiß mitgenommen, ne? Aber es gibt richtig Kohle. Oh, unser Raumschuh ist voll. Ich glaube, ich muss, äh, weg. Ich... Ich... Doch, hier Waffen, ne? Ich würde ganz gerne die hier auch behalten. Genauso wie... Hier hier. So, denn wir haben hier hinten... Haben wir doch so richtig schön. Waffenständer... Haben wir nicht irgendwo was für... Ach, guck mal, jetzt hat er es angelegt. Jetzt hat er es angelegt. Das ist doch cool. Können wir noch mal einen Rucksack draufsetzen. Wenn man den hier überhaupt sieht, dann die andere Frage. Der Helm ist da. So, gucken wir hier auch einmal. Hier haben wir Anzüge. Dann nehme ich den ran. Den wollte ich gleich nochmal prüfen. Den. Das. Ähm. Luftbasiert und kursiert. Würde wieder hochgehen. Wir nehmen... Wir nehmen den. Der ist... Ich finde besser. So, dann packen wir hier noch den Helm drauf. Und das war's. So, dann haben wir ja noch hier unser... Waffenschrank. Bin ich auch irgendwas für... Okay. Okay. Melanie, du. Mensch. So, Waffen. Geht man dann da oben. Vielleicht hier nochmal? Achso, das ist einfach nur Lagerraum. War das. So, aber nichtsdestotrotz, wir müssen trotzdem einmal hier weg. Wir müssen hier trotzdem einmal weg. Wir müssen verkaufen. Wir müssen unser Inventar leer kriegen. Und das Raumschiff, dann haben wir ja auch. Lifting off now. Lifting off now. Lifting off now. Genau. Wir können ja noch nicht mal in einem Zug durchfliegen, ne? War das nicht so? Wir müssen erst mal hier hin. Dann. Ups, das wollte ich nicht. Ab durch den Planeten. Einfach weggesprengt, das Ding. Ja, der war smooth. So. Paradies. Nee, ich werde jetzt keinen neuen Platz nochmal aufmachen. Hier, äh, was haben wir hier? Violi. Nirvana. Ich fange einfach ins Nirvana. Und Prost. Nichts Spannendes. Roborum Prime. Was war hier nochmal? War da nicht Neon? Oh, Violi war noch Neon, oder? Bewegt, dann kann ich ja landen. Ja, hier, sag ich doch. Nein, nicht doch. Wenn wir hier ein paar Sachen verkaufen, das ist doch schön. Ach ja, ach ja. So, verkaufen. Sachen aus dem Schiff. Nee, ich verkaufe erst mal aus meiner Tasche. Hilfe. Hier haben wir bestimmt noch ein bisschen... Ja, wieder. Alkohol. Ah, ey. Fixed out. Was ist das? Äh. Und... Weiswein. Ich brauche ja eine Squall. Was wird das, was wird das? Wir nennen es Alpha. Ja, 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 ja. Hilfe. Sonstiges. Dann verkaufen wir jetzt mal aus dem Schiff. Und zwar Sonstiges. Mach dich arm, Kollege. Mach dich arm, Kollege. Hm. 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 Eine halbe Stunde verkaufen hier. So, dann haben wir noch ein paar Waffen. Nein. Alter Schwinn, das kriegen wir hier alles nicht verkauft. 100, glaube ich noch. 100, glaube ich noch. Hier noch. Weg. Ah, guck mal, das können wir verkaufen hier. Zack. 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 Und zack. Hoffentlich, dass auch nicht... Ah, schon mal. Ist doch schon mal besser. So, dann müssen wir da jetzt nochmal woanders hinfliegen. Dann ist das so. Was kommt mein Freund? I like your style. Böööö. Sagt eigentlich nicht unser Leben. Unser Leben sagt nicht gut. Oder, ist okay, aber. Könnte auch besser sein. So, einmal abheben. Dann fliegen wir jetzt nochmal nach... Atlantis. Neo Atlantis. Würde ich sagen. Wir gucken mal, was auf dem Weg liegt. Ich weiß nicht, ob Neo Atlantis das nächste ist. Orbital Pattern locked in. Hm, genau. Ähm. Gympos. Wo wäre das denn? Nochmal Narion. Alpha Centauri war das, ne? Hier war das gerade das Auge. Schiff. Schiff. Chararine. Jamison, da will ich hin. Auf nach Jamison. Grav Drive Spinning Town. Das ist UC Security. Prepare to be scanned for contraband. Entspann dich mal. Du musst hier nicht komisch werden, du Kollege. Alright, we're done. Perfekt. Dann können wir ja doch einmal nach New Atlantis. Einmal landen. Wollen wir mal. Hast du gar nicht. Du lügst. Du bist... Ach, hier gibt's nix. Oh, 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 oh. Wo war? Narion, Sol, da ist die Erde. Wolf. Da ist Narion. Zumati, da ist unser... Unsere Base. Ah. Fernstation. Fernstation. Zulon, nee. Wo? Schein. Akiya, da will ich hin. Akiya City mit Z. Akiya City. Da will ich nochmal hin. Ja, 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 ja. Achtung, echt jetzt? Nicht bei dir nicht Sachen verkaufen. Naja, shit. I'm sure you can find something you like. Vielleicht. Was habe ich denn? Ich habe 53.000. Watchdog. Das Ding sieht irgendwie geil aus. Finde ich. Was haben wir denn noch? Ranger? Hier. Thrasher. Back on Howl. Narziss... Das ist ein komisches Schiff, ne? Stronghold. Alter, die sieht krank aus. So ein Schiff haben wir schon mal gesehen, glaube ich. Sure. How about it? Sure. Ich habe zwei Schiffe, das weiß ich. Ich kann nur das andere nicht sehen. Schiffsbilder. So, wenn ich jetzt einen Reaktor nehme, ne? Kann ich ihn überhaupt kaufen? Ach, guck mal, das geht tatsächlich so. Ah. Weg ist dann auch der Tipp gegeben zu. Perfekt. Das ist jetzt ein Reaktor Klasse A. Hätte ich ganz gerne den Reaktor Klasse C. Geht nicht. Brauche ich Fliegenrang 3. Oder Fliegenrang 4. Kann ich nicht zwei Reaktoren verbauen? Das wäre jetzt nochmal spannend zu wissen. Ich glaube, das ging nicht, ne? Wann ist das höher zu machen? Ich würde es dann technisch ganz gerne da oben drauf packen. Ich würde es dann mit holen. Ich würde mich nicht er sake Nur ein Reaktor ist erlaubt. Schade. Energie erzeugt 20 Energie. Es gibt doch nur den 20er, das ist der höchste. Ach man, das ist schade. A-Werke. Warte mal, kann ich? A-Werke. 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 hier nur so einen kleinen. 150. 160. 160 ist das Größe. Dann kann ich weiter springen vielleicht, das wäre natürlich nochmal eine coole Sache. Ah, schade, ich dachte ich kann das da draufsetzen. Ja, was ist das denn jetzt? Höher gemacht eben Sche... Hä? Warte, warte, ich glaube, der ist Warte, warte, ich glaube, der ist höher gemacht. Ja, Mann, wie war denn das? Wie kann ich das denn? Ich kann das nur da ran setzen, das ist irgendwie schade. Ah, weil das Ding oben keine Luken hat, deswegen. Ah, okay. Okay, okay, okay. Okay. Verstehe. Dann muss... ...der Halt da dran bleiben. Hmm... ... 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 Ja gut dann müssen wir hier rein und ich könnte nirgendwo was verkaufen, ne? Nirgendwo können wir gerade verkaufen. Ist eigentlich voll schade. Übrigens ich mag mein Schiff.